Moin, der Barry hier. Willkommen zurück. Heute habe ich einen kleinen Guide für euch und zwar für die Goldenen Walls, die wir jetzt betreten können. Was wir dafür machen müssen und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Ihr könnt das ganze entweder in Rebirth Blutgeld machen, aber das wird ja wahrscheinlich irgendwann nicht in meiner Playlist sein. Dann müsst ihr das in Wiederauferstehung machen. Das ist der ganz normale Modus. Hier könnt ihr euch entweder anmelden oder in Blutgeld. Fang wir als erstes mit den Spots der Bunker an. Falls du noch nicht wisst, wo die sind, hier könnt ihr es jetzt einmal sehen. Wir haben insgesamt drei Stück, die wir öffnen können und zwar müssen wir dafür einen achtstelligen Code eingeben an den Pads, die rechts an der Tür meistens sind. Und das coole ist, sobald wir den Code einmal in einer Runde haben, können wir mit dem Code alle drei Türen öffnen. Also wir brauchen nicht verschiedene Codes oder so. Wir müssen das nur einmal lösen und dann können wir in dieser Runde alle drei Türen öffnen. Sobald ihr eine neue Runde spielt, müsst ihr das natürlich wieder erneut lösen und der Code ist dann wieder ein anderer. Also der bleibt nicht für jede Runde immer derselbe. Das ist immer random. Damit wir den Code bekommen können, müssen wir ins Prison rein und zwar in diesem roten Bereich, den ich euch markiert habe. Das ist der Bereich, wo die WCs sind. Die sollte jeder von euch kennen, diese kleinen WC-Gänge, die oben und unten sind. Und links auf dem Bild könnt ihr es auch schon sehen. Wir suchen nach so Art Schaltern oder was auch immer das ist, die auf der Spülung liegen. Insgesamt müssen wir davon sechs Stück finden und die aktivieren. Die sind in jeder Runde auch unterschiedlich verteilt. Das heißt, die sind nicht immer in denselben Raum. Macht das am besten mit Kollegen zusammen, dann könnt ihr euch aufteilen, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Ihr könnt das natürlich auch allein machen. Und sobald wir einen dieser Schalter aktivieren, schalten sich die Fernseher nach und nach ein. Also pro Schalter ein Fernseher. Dann erscheint so ein Schneebild. Wir müssen insgesamt alle sechs Fernseher einschalten, also mit dem Schneebild. Sobald wir das erledigt haben, fängt das Telefon an zu klingeln und das können wir dann abnehmen und dann wird uns der Code für den Bunker erzählt. Und das wäre es dann eigentlich auch schon. Ihr könnt das Ganze jetzt auch noch mal sehen. Ich zeige euch mal, wie man zu den Fernsehern bzw. zu dem Telefon kommt. Und zwar müssen wir hier hochklettern. Und dann haben wir hier einmal in der Mitte, in der oberen Etage, das Telefon mit dem Bildschirm. Und jetzt müssen wir einfach nur noch in den ganzen Toiletten nachschauen, auf den Spülungen, wo wir diese Schalter finden, die rot leuchten und wir deaktivieren die dann so gesehen. Also wir klicken die jetzt wie hier zum Beispiel einmal an, mit F zum Beispiel auf der Tastatur oder mit dem Controller, mit eurer Bestätigungstaste halt. Jetzt hätten wir schon mal einen Fernseher eingeschaltet und jetzt fehlen uns noch fünf weitere. Die sind hier einfach irgendwo in den Toiletten versteckt. Jede Runde unterschiedlich natürlich. Also das heißt, die sind nicht immer im selben Spot. Und wir haben hier einige Toiletten. Die sind oben und unten. Der Raum ist ziemlich groß, weshalb ich euch das Ganze mit Freunden empfehlen kann, damit ihr das Ganze ein bisschen schneller machen könnt. Andere kriegen davon natürlich auch mit, weil das Telefon ist für jeden hörbar. Also das heißt, ihr müsst euch vielleicht auch drum streiten. Wenn ihr Glück habt, seid ihr dort alleine. Oder ihr versteckt euch irgendwo und hört dann einfach mit, sobald die Zahlen vorgelesen werden und habt dann auch den Zahlencode und könnt den zum Beispiel an irgendeinem anderen Bunker einlösen. Weil es gibt ja insgesamt drei Stück. Ihr müsst ja nicht zu den selben Bunker rändern. Falls ihr seht, wo die anderen hinlaufen, die zum Beispiel vor euch den Code haben, dann lauft ihr einfach zum anderen Bunker. Ihr könnt das jetzt auch nochmal sehen und zwar sobald wir jetzt das sechste Ding einschalten, fängt das Telefon an zu klingeln, was jetzt auch bei mir in der Nähe war. Das wird jetzt jeder andere auch hören, weshalb ihr, wie gesagt, aufpassen sollt. Jetzt gehen wir einfach zum Telefon, nehmen den Hörer ab und jetzt wird uns der Code vorgelesen und dann müssen wir den einfach nur aufschreiben oder halt merken, insgesamt sind das acht Zahlen. Damit ihr euch den Zahlencode besser merken könnt bzw. aufschreiben könnt, macht im Menü, so wie ich das gemacht habe, den Untertitel an. Dann wird euch die Zahl unten immer wieder hingeschrieben. Das ist viel einfacher, falls irgendein Krach ist, damit man das trotzdem mitbekommt. Oder ihr könnt auch in den Audioeinstellungen die Dialoglautstärke höher stellen, damit euch die Zahlen lauter vorgelesen werden. Und sobald ihr den achtstelligen Code habt, könnt ihr zu einem der drei Bunker hinrennen, die ich euch am Anfang gezeigt habe, wo die sich befinden. Dann gebt ihr hier in dem Pad einfach den Code ein und dann sollte sich die Bunkertür öffnen, falls ihr keinen Fehler gemacht habt beim Aufschreiben. Und dann haben wir einiges an Loot, den wir dann einsammeln können. Hier befinden sich unter anderem ein paar Spezial-Items, wie eine goldene Gasmaske, eine Minigun oder das Zonenteil, womit ihr sehen könnt, wo die Endzone ist. Ihr könnt dann zum Beispiel, wenn ihr schnell genug seid und es hat kein anderer den Code, jetzt die anderen beim Bunker in der Runde auch noch öffnen mit denselben Code. Was aber ein bisschen komisch ist, dass es hier kein Bloop-Find gab, wovon ich ein bisschen ausgegangen bin und zwar, dass wir noch dieses Einsatzschild hier, was ich in der Hand habe, mit diesen toxischen Skin bekommen, was jetzt irgendwie nicht der Fall war. Falls ihr da irgendwas wisst oder wie man das noch machen kann oder falls es da irgendwas geben sollte, schreibt mal es gerne in die Kommentare rein. Ja, das wäre es dann jetzt auch erstmal soweit. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwas unklar war, schreibt mal es gerne in die Kommentare rein. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video allgemein weiterhelfen. Wenn euch das Ganze auch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Doodle-Loo! Ciao, co! Bis zum nächsten Mal.